Das ist aktifisch, das schmeiß ich jetzt einfach weg. Erstens, ich hab Diamanten gefunden. Nein! Und zweitens, da ist aber sowas von ne Gegnerschar. Komm mal bitte zu mir, bitte, ganz schnell. Ich brauch mal kurz deine Hilfe. Yo, meine Kartoffelfreunde und willkommen zu einer weiteren Folge. Ich mach einen Helm, 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 Helm. Ich mach einen eisen Helm, ich mach einen eisen Helm. Minecraft Enttäuschung. Yo, was geht, Leute? Wir haben angefangen, uns letzte Woche über das Schulsystem zu unterhalten. Letzte Woche? Hä? Hä, was? Ja, wir angefangen uns gestern über das Thema Schule. Letzte Folge. Ach, letzte Folge. Ich hab letzte Woche verstanden. Junge, ich hab gesagt, letzte Woche. Letzte Woche. Lass mal unter das Labyrinth gehen. Hier ist direkt in der Höhle irgendwie. Brauchen wir eigentlich. Flint. Ja, ja, ja. Und ich weiß nicht, was ich damit anfangen soll. Gib, ja, ich würde alles Flint nehmen, was du hast. Oh, bitteschön. Da hast du noch ein bisschen Flint. Gut, wir haben uns letzte Folge. Ja, gib mir ein Flint, Alter. Ich hab ja auch noch einen Flint. Junge, Digga. So, können wir jetzt in die Höhle gehen und Schwarzpulver fahren. Ich gehe in die Höhle und fahren mit Schwarzpulver zusammen. Gut, also wir finden das deutsche Schulsystem im Grunde genommen scheiße. Marcel, du findest das scheiße, weil es dich nicht auf dein Leben... Ja, also scheiße finde ich es nicht. Mich fackt nur ab. Also sagen wir es so. Einige Sachen braucht man immer wieder. Sagen wir Prozentrechnung. Brauchst du immer wieder im Leben. Prozentrechnung oder, keine Ahnung, Vektoren. Liniale Algebra, Analyses, das braucht man alles wieder im Leben. Nein, nein. Irgendwie schon. Mal nach unten, weiter. Sehr gerne. Gut, also, ähm... Und so, das würde ich noch sagen. So, die wichtigen Sachen, wie zum Beispiel sich selbst ummelden oder sich mit den Behörden auseinandersetzen im Sinne von eine Firma anmelden und unten ist ein Creeper... Ne, doch nicht. Eine, was weiß ich, eine Firma anmelden oder... Hier ist ein Creeper. Was? Creeper. Komm her, mein Sch... Scheiße, da ist ein Skelett. Oder irgendwas so. Das sind halt so Sachen, die fehlen mir in der Schule. Ja, da hast du vollkommen recht. Also, es gibt viele, die sagen, wozu brauche ich den Scheiß, den ich in Mathe mache. Ähm, da kann ich nicht zustimmen. Ich finde, vieles, was man in Mathe macht, ist wichtig. Also, auch das, was man in der Oberschule macht, ist wichtig. Und man sollte das auf jeden Fall in Mathe machen. Das hilft einem irgendwann auf jeden Fall. Und selbst, wenn man es nur gesehen hat und mal gemacht hat... Du hast nicht... Hab, Spaß, bei zwei Stück. Oh, geil, ich habe auch ein Stück. Nice, Mann. Richtig nice. Aber nicht ausleuchten, einfach durchlaufen. Okay, hier ist noch Gold. Ja, brauchen wir nicht. Dann nimmst du das mit. Ne, ne, lauf rein. Okay, dann kein Gold. So, ähm... Also, es gibt Sachen, die braucht man immer wieder im Leben, klar. Ja. Aber es gibt auch genug Sachen, wo ich einfach sage, Leute, ich brauch das nie wieder im Leben. Bereite mich doch bitte mal ein bisschen aufs Leben vor. Ich meine, wie viele Leute sitzen zu Hause und können nicht kochen, Digga? Ganz ehrlich. Ich meine, das ist jetzt was extrem Banales, weißt du? Aber jetzt mal generell. Ey, wieder startet neu. Wollen wir uns verarschen? Egal, wir nutzen die Zeit jetzt einfach aus. Wir sind eh so oft gefickt worden von denen. Also können wir uns mal... Ich leuchte immer nur da aus, wo ich gerade... Oh, verpiss dich, du fissicher Dress, Digga. So, also mich stört es einfach nur, dass die wichtigen Dinge, die wirklich wichtigen Dinge fehlen. Wie gesagt, Behörden, Ummelden, Personalausweis, was weiß ich nicht, was alles noch im Leben auf einen zukommt. Gebe ich dir vollkommen recht. Was ich ehrlich gesagt auch richtig nice finde, wäre mal so eine kurze Stunde. Einfach so eine Art... Man muss daraus ja auch kein ganzes Schulfach machen. Man könnte ja einfach irgendwie so, keine Ahnung, zwei Wochen Intensivkurs über die ganzen Dinge machen. Sowas wie zum Beispiel eine kurze Rechtsberatung. Was muss ich beachten, wenn ich dies und das tue? Steuern. Was dürfen Polizisten steuern? Alles sowas. Das wäre, gebe ich dir vollkommen recht. Das war etwas, wo ich mich auch so unheimlich viel reinarbeiten musste, weil ich noch nie davon gehört habe und keine Ahnung davon hatte. Vor allem... Und das Schlimme ist, meine Eltern wissen das zum Beispiel auch nicht. Also mein Vater, der macht seine Steuern immer mit so einem Steuerprogramm. Und als ich mich dann jetzt mal richtig viel reingelesen hatte, wegen YouTube und allem, was ich dem alles gesagt habe, du kannst das von den Steuern absetzen, du kannst da noch ein bisschen Geld reinbauen. Ja, aber wenn man das wirklich so... Wenn du das zurückgezahlt bekommst... Also ich finde einfach, da findet viel zu wenig Aufklärung statt. Scheiße, Dominik. Ja, ich sterbe gerade. Was ist... Bist du noch in der Höhle? Ja, warum? Das ist gerade ein Keypad diskutiert. Dein Name ist gerade grün bei mir. The fuck. Wie? Ich dachte gerade, du wärst... Ich dachte, du wärst ein Gegner. Ähm... Ja, hier waren nur gerade voll viele Mobs. Jetzt ist ein Creeper leider draufgegangen, ohne seinen Schwarz drüber zu droppen. Ja, aber halt echt, so was finde ich sollte auf jeden Fall... Und was man vielleicht auch machen könnte, wäre so ein bisschen Gedichte analysieren. Das kann man ein bisschen zurückfahren. Das braucht man echt nicht. Also sowas ist schon... Sagen wir es mal so, ne? Ja, oder auch, ähm... Was ich zum Beispiel hatte... Ich, ähm... Ein Bekannter von meinen Eltern ist halt Steuerberater und der... Hat mir halt auch so viel erzählt, ne? Und ich so denke, ja gut, wusste ich nicht. Das wusste ich auch nicht. Das wusste ich auch nicht. Ja, und wenn du Lohnsteuer zahlst, dann aber auch nur die Lohnste... Alles, was über diesen Lohnsteuerfreibetrag ist, musst du halt auch nur bezahlen an Steuern. Und hast du nicht gesehen. Ja, aber das weiß man alles gar nicht, weißt du? Das ist... Man hat keine Ahnung davon, ja? Und das ist halt so das Wichtige, was mir persönlich einfach in der schulischen... Also selbst in der normalen Ausbildung lernt man es nicht. Oh, Creeper. Ja, ich hab... Ich hab jetzt auch schon wieder zwei Schwarzpulver. Ich hab leider keine Schwarzpulver. Eigentlich mit ein bisschen Glück. Wir bräuchten halt, glaub ich, noch einen Inksec für die deutsche Waffenbox. Inksecs und Bonemill. Ich guck gleich nach. Hier braucht man doch nur einen Inksec. Da können wir schon mal die deutsche Waffenbox machen. Und jeder von uns ist eine MP4 mit zwei Magazinen. Und ich sammle hier grad mal die Pfeile an. Das ist aktiv. Schmeiß ich jetzt einfach weg. Erstens, ich hab Diamanten gefunden. Nein. Und zweitens, da ist aber sowas von ne Gegnerschar. Komm mal bitte zu mir, bitte. Ganz schnell. Ich kann grad nicht. Ich muss Eisen abbauen. Du musst echt... Und hier ist noch ein Creeper. Hab ich mich grad erschrocken. Ich hab mich nur erschrocken. Ich hab Diamanten. Ich hab Diamanten. Und hier sind so viele... Ich hab vier Schwarzpulver. Nice. Fuck. Was ist das? Ich komm eben nicht mehr auftauchen. Ich dachte, ich ersticke. Dominik, Dominik, das Ding ist, du hast vier Schwarzpulver, weil du mein Schwarzpulver eingesammelt hast von eben. Nein, hab ich nicht. Doch, von dem einen Creeper, den ich getötet hab. Da warst du ja auch gerade da. Ich hab keinen... Doch, doch, ich hab auch Schwarzpulver. Ich bin behindert. Ich bin blöd. Achos, bist du behindert. So, jetzt bin ich bei dir in der Nähe. Ja, komm. Ich muss mir gleich neues... Ich muss mir neues Schwert machen. Ich sterb hier gleich. Ich muss gleich neues Panzer, neue Rüstung, neues Schwert. Ja, gut, dann lass uns doch erstmal hier. Ich weiß ja, wo die Dias sind. Ja, wir müssen hier kurz mal ein bisschen clearen. Ja, ich clear. Und du... Ja, komm, mach dir einfach ein Ding ins. Wir geben uns gegenseitig Deckung. Mach zwei Eisenschwerter und alles durch. Kann nicht. Hier sind überall Skelette, die mich abschießen. Ich kümmere mich um dich. Bleib doch einfach hier. Okay. In dem Tier, wo ausgelöckert ist. Ja, warte hier. So, nicht stell mal einen Ofen auf. Ich brenne auch wieder ein bisschen Eisen. Jetzt ist halt die... Ich würde noch ein bisschen Fleisch brennen. Hä? Ich sehe keins. Skelette. Okay. Oh, von wo? Ach, von hinter dem Wasser. Ja. So, jetzt muss ich mich erstmal ein bisschen beruhigen hier. Nee, auf jeden Fall. Schulsystem finde ich sollte einige... Vor allem, es sollte einfach einheitlich in ganz fucking Deutschland gleich sein. Das ist das Allerschlimmste. So, ich... Ich habe die Sticks gerade gar nicht gedroppt, aber okay. Da ist ein Eisenschwert, falls du deins reparieren möchtest oder so. Ja, würde ich gerne. Wo ist das denn? Ich droppe dir auch gleich ein Brustpanzer, falls du deinen reparieren möchtest. Äh, nee, wir brauchen ihn nicht. Okay. So, dann mache ich... Ach doch, ja, kann ich... Okay, mit dem kann ich das doch machen. Ende der Diskussion. Wer anderer Meinung ist, ist einfach... Er hat nicht recht. Der ist falsch. Paul3321 mit einem X vor dem Hinternamen fragt, wie findest du Animes oder so? Magst du Animes? Wenn ja, welche und warum? Marcel, magst du Animes? Äh, es kommt drauf an, um ehrlich zu sein. Ich mache nochmal einen zweiten Ofen. Also sowas wie One Piece und, was weiß ich, Naruto und so diese ganzen Standarddinger. Habe ich alle mal geguckt. Entschuldigung, ich kann es mir gerade mal einen Insek hinwerfen, bitte. Ja, wenn du mich ganz kurz noch mein Gold... Alles, was du an Gold hast. Oh. Bitte schön, alles, was ich an Gold habe. Gib mal bitte mein Schwarzpulver wieder. Ich habe dir eins gegeben aus Versehen. Bitte schön. Danke. Dann probiere ich das gerade mal, ob das so geht. Wie ich mir das vorstelle. Also so. Aber ich glaube, das war... Ach, scheiße, ich muss mir erst noch Bormil machen. Also, ja, Bormil habe ich. Warte, warte, warte. Ich habe jetzt auch schon welches alles. Kein... Danke, ich habe mir eben schon welches gemacht. Also, was ich sagen wollte. Ich finde es einfach... Einige Sachen, Serien, sind einfach zu übertrieben. Und andere sind halt völlig in Ordnung. Andere Animes. Also da... Also ich glaube, ich bin nicht recht flexibel. Es muss mir einfach so gefallen. Ich bin auch ein Mensch... Ich muss eine Serie vom ersten Moment an richtig überzeugen, damit ich sie gucke. Sonst habe ich da keinen Bock mehr drauf. Da sind wir wieder. Hallo, welcome back. Ich habe wieder ein kleines Discord-Problem. Discord hat Probleme. Sagen wir es mal so. Deswegen sind wir gerade alle runter kurz. Und jetzt sind wir aber wieder drauf. Hast du eine Schaufel? Wenn ja, kannst du mir die bitte mal geben. Ich habe eine Steinschaufel. Und ja, ich droppe sie dir hier. Bitteschön. Sie liegt. Hier sind so viele Kobolde, Dominik, Alter. Ja. Das wäre... Ja, die sind... Äh, hier müssen wir hin zu dem Diaz. Ja, äh, du bleib mal hier. Ja. Ach, ich soll schaufeln. Du sollst mir helfen. Nee, nee. Ich brauche wieder das Kies für mehr Pfeile machen. Guck mal, wie süß die sind. Die sind so putzig. Das sind so viele. Digga, was liegt hier jetzt alles? Ich hole die Diaz. Ja. Ich brauche Fackeln. Ich bin schon da. Okay. Dann bau du sie ab und sammle sie ein. Ähm, können wir uns damit schon einen Enchanter machen? Reicht das? Äh, ja. Es sind vier Diamanten. Reicht... Nee, wir brauchen doch fünf. Nein. Oder? Wir brauchen vier. Ich glaube, wir brauchen sogar nur einen. Nee, wir brauchen doch drei für die Diamantspizza, um Obsidian abzubauen. Und einen für den, äh... Oder brauchen wir echt fünf? Stimmt, ich bin mir gar nicht mehr sicher. Und wir brauchen zwei für den, um das Ding zu bauen, oder einen? Einer links und rechts oder einer in die Mitte nur? Jetzt habe ich natürlich das Leder nicht mehr. Doch, ich habe acht Leder für Bücher. Ich habe 13 Leder. Leder haben wir genug, was zum Problem ist. Wie mache ich nochmal... Ach ja, genau. Nee, das braucht man doch gar nicht mehr, oder? Wurde dann etwas geändert? Wir spielen in der 1.7. Okay, man braucht es doch. Ach, stimmt, wir spielen in der 1.7. So. Hä? LOL. Dominik ist gerade im falschen Channel, Leute. Ich bin jetzt gerade einfach in einen anderen Channel gegangen. Easy. Dominik? Dominik? Jetzt ist er wieder in unserem Channel. Aber ich höre ihn nicht. Left the game. Wir fahren mal so ein bisschen weiter, Leute. Das ist mir gerade echt so doof, ey. Also, eben war Dominik in einem anderen Channel. Also, in einem Eingangschannel. Wahrscheinlich, weil er sein Handy vielleicht verbunden hat, oder so. Ja, jetzt ist er... Jetzt hat er wieder was geschrieben. Fuck Discord. Jetzt geht's wieder. Ich... Ich... Jetzt... Äh... Äh... So, da bin ich wieder. Discord ist... Ich glaube... Wollen wir nicht alle lieber zurück zu TeamSpeak und Skype. Das war viel besser. Die guten alten Seiten mit dem Rauschen. Die guten alten Skype-Sound der Seiten. Kannst du mir bitte noch ein Dingens machen? Ein Schwert? Obwohl, ich habe auch noch Eisen. Äh... Ich mache es mir selbst damit. Kein Dings. Ja, es ist okay. Es ist schön. Freut mich, dass du es dir selber besorgen kannst. Ähm... So. Achtung, ich komme. Ich kill sie. Boah. Wie geht ihr jetzt? Ja, ich kalt. Oh, jetzt muss ich nochmal kurz... Aber wenigstens spawnen hier richtig gute viele Monster. Nur halt nicht die richtigen. Ein bisschen mehr Creeper. Aber wir haben immerhin schon ein bisschen schwarzi Pulver. Oh nein, mein Eisenschwert. Nein, meine große Liebe. Da ist es. Also hier sind noch wieder Zombies. Was ist denn das für ein Schwert da unten? Das ist meins. Achso, dein Eisenschwert. Okay. Nein, mein Stadtschwert. Das habe ich gerade getroppt. Und aus Versehen auch mein Eisenschwert. Ich versuche nochmal so ein bisschen die Jöhle hier zu erkunden. Vielleicht finde ich ja noch irgendwie Diamonds. Kannst du mal rausfinden, ob wir noch Diamonds brauchen? Ja, wollte ich gerade machen. Aber ich kann hier nirgendwo stehen bleiben. Das ist das Problem, weißt du. Bau dich doch ein. Super Idee, Marcel. Hä? Ist okay. Ich habe mich ja schon eingebaut. So. Was war daran jetzt verwerflich? Ja, ist ja gut. Jetzt halt die Fresse, Junge. Ich google doch schon. Redstone brauchen wir nicht mehr, ne? Content-Pack. Zuerst mal gucke ich mit dem World War II-Pack. Spiel benutzen. Was brauchen wir nicht mehr? Redstone? Ne, ich glaube, das brauchen wir nicht mehr. So. Wir brauchen bitte German Weapon Box. Oh, we can build a German Weapon Box, dude. Minecraft 1.7 Enchanter. Also wir haben doch noch Rosenrot, oder? Ähm, ich habe... Wir brauchen zwei Dias für den Enchanter. Oh, scheiße. Rosenrot hast du. Ich habe auch Rosenrot, okay. Wir haben es nicht. Ich habe Mushrooms. Entschuldigung. Ich habe hier eine Rose gefunden. Ich habe Rosenrot. Ja, ich habe aber sowieso Rosenrot. Von dem her alles cool, bro. Was hast du gehört? Alles ist cool, bro. Alles ist cool. Ich habe jetzt die German Weapon Box gebaut. Ja, ich habe nochmal hier ein Abteil gefunden, wo wir noch nicht waren. Oh, nein. Nein, man braucht für die MP4 4 Rohholz. Oh, scheiße. Was für Holz? Unser alten Rohholz. Einfach Roh. Ich habe noch 9 Oakwood. Reicht das? Äh, schau mal ins Rezept rein. Ich habe dir mal alles gegeben. Hast du noch ungedingstes... Das reicht für zwei Waffen. Ja, perfekt. Bitte schön. So, eine hier, die droppe ich dir. Ich bin ja doch mal gehört. Eine mache ich für mich. Auf jeden Fall. So. Und dann, äh... Mein Inventar ist wieder toll. Ja, haben wir jetzt tatsächlich nur noch... Also, ich habe nur noch 23, 25 Eisen im Inventar. Wie viel Eisen hast du noch im Inventar? Warte mal, welche Waffe war das jetzt? Die MP4 4? Gut, dann mache ich jetzt zwei, äh, Magazine. Mach das, ja. Aber ich muss jetzt mal Platz in meinem Inventar schaffen. Kann ich die 45 Goldnuggets... Für was sind Goldnuggets eigentlich gut? Ich mache mir jetzt sogar drei Magazine. BAM! Sind Goldnuggets für irgendwas gut? Oh ja. Man kann doch aus denen sogar Gold... Blöcke, äh, so Goldstücke craften, glaube ich. Ja, ich sehe es gerade. Hörst du das Gelände auch, das gerade stirbt? Ja, aber ich habe eben noch ein Abteil gefunden, wo wir vorher noch nicht waren. Die Mushrooms können weg, die Bloom-Könsel, die Rottenflush noch gar keins, weil mein Inventar einfach mal volles Fucker Strings können weg. Die Federn können weg, die Knochen können weg. Ähm, ich habe hier noch acht Eisen. Das kann da rein. Dann kann das auch weg oder so. Warte, ich gebe dir gerade mal die Pfeile. Du sammelst ja. Ja, ich benutze Pfeile. So, folgend Ende. So, das war es aber schon mit der, ja, doch recht produktiven Folge. Wir haben immerhin jetzt... Wir sind richtig weit gekommen. Lass mich mal kurz eine Sache noch gucken. Wie ist es denn mit der Panzerschreck? Für die brauchen wir richtig viel Eisen nochmal, aber auch drei Schwarzbülle. Ey, ganz ehrlich, lass mal darauf hinarbeiten, eine Panzerschreck zu bauen. Okay, ciao, Leute. Ciao, Leute. Ciao, Leute. Ciao, Leute. Ciao, Leute. Ciao, Leute.